und herzlich willkommen zu hast du in staffel 2 part nummero 30 muss mir das mal aufschalten dass ich keine part versehentlich mache so gewertet spiel mit dem krieger wir pushen jetzt einfach mal den krieger vielleicht gibt es ja noch einen kartenrücken bei level 20 oder so ich weiß es gar nicht einfach mal mit dem krieger spielen na schau mal schau mal schau garosch gegen jayna sieg oder tot ich mache jetzt ganz unsinnige scheiße wie immer nach der scheiße im nächsten part werden wir mal gucken was wir für daily dinge aufhaben dann werden wir machen bitte kein messer einsatzbereit aha das war's ich wills Kampfschrei was machst du mein freund jaksa jak jak jess jess warte so ein rusher ey wie ist der rufland ich hungere Er hat Hunger! Nibuara Aber sie hat ja gar nichts Wird er auch runter Habe ich gebürt gemacht? Oh, wenig Was hat der hier? Wieso möchte ich denn da durchkommen? Ich kriege eine bestimmte Reihe von Damage Okay, das kann ich denn machen Spautum Zwei Schaden zu Also zwei mal zwei Schaden Das wären dann vier Schaden Jetzt hat er gesehen, dass das noch mächtig ist Brauch mehr Oh, hat durch die Panzer rum Ist er durch Oh, hat sein Der hat auf sein Dings nicht so Hä? Die Karten müssen wir auch mal raus tun, oder? Ja Und so sieht der Schlachtplatz schon ein bisschen besser aus Ich komm da nicht durch Scheiße, Mann Ah, diese Karten Ah, diese Karten, Mann Ja, weil sie immer diesen Hausturntonieren, ne Da haben die da legendären Und so Boah Denkst du nur, boah Da will ich auch haben Boah, hast du nur Sportkarten dran oder was? Versuch das hier mit Versuch das hier mit Ja, ich hab ja Ja, ich hab ja die Denkstelle einfach automatisch erstellt Ja, ich hab ja die Denkstelle einfach automatisch erstellt Dachte mir, ha, ja Was, jetzt schon nix so Ich hab noch nicht mal Ja, der hat ja nur Sportdinger Ach, guck mal, noch ein Sport Was ist das denn, ey? Wir haben Piraten Wir haben Piraten, ja So, dann du weg Du weg Du weg Du weg Dann geht's mit uns gleich weiter, ey Wir haben Piraten hier, hab ich gar nicht gewusst Ein Org-Pirat Cool Kein Spotter mehr? Erzittert Oder ab Starbwind Ruhig gleich den Dann haben wir einen neuen Punkt, dann hol ich den Wenn jetzt nichts anderes kommt Enduell mach ich, äh Ach, können wir ja gar nicht Muss ich ihn ja verletzen Ein Ewig Boah, das ist ne Scheiße Hörleid zum Ausritt Hat jemand den Arzt gerufen? Ah, ich bin da irgendwo da am Sport Haus wieder Anziehungsweise Es ist nicht so, ich bin da Abläufer Valter Abläufer 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 Gib mir den Bogenlichtschraubenschlüssel. Was wir machen. Mhm. Okay, das reicht. Juuu. Sohohoho. Eigentlich war das geplant. Anders geplant, aber gut. Hast du jetzt nur ne Sportkarte? Dann hast du hier aber langsam raus. Alter, wie viele Sportkarten hast du denn da drin, du verfluchte. Sohoho. Oh Gott. Komm, gibts mir. Drei Damage kannst du machen. Komm. Komm schon. Du hast gewonnen. Du hast auf jeden Fall gewonnen. Kann man nicht um Gnade bellen. Das war ein Fehler. Ich hab jetzt noch mal zwei Boosters. Wir ziehen jetzt einfach Boosters. Ich hab das beschlossen so. Äh. Classic. Kaufen. Yay. Wollen wir noch mal kaufen. Vielleicht haben wir ja mal Glück. Und. Und. Keine Ahnung. Na super. Haben wir schon alles. Na super. Na schon mal. Na super. Ja. Dann gehen wir nochmal was anderes gucken. Ähm. Meine Sammlung. Ich könnte ja entzaubern. Ne. Wie kann man den entzaubern? Wie kann man den entzaubern? Weil zum Beispiel das hier brauchen wir ja nicht. Achso, ok. So geht das, ok. Ok, dann zaubern wir mal. Ich brauche 2 kann man weg rein von hier. Wie viel habe ich davon? Gerade hört sich voll an. 2, 2 hier ist auch einer zu viel. Einer, auch einer. Da ist nichts. Überzählige, warte mal, überzählige Karten. Ok, Hersteller Modus. Ich möchte für meinen Krieger was haben. Hersteller Modus. Wir haben keinen Schildschlag. Wir haben keinen Schildschlag. Warte mal, was gibt es denn hier noch? Das ist ja noch was cooles. Also richtig cooles. Schauen zu vermitteln sich einen anderen Fremden schreibt. Schau. 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 Schauer. Schau. Ein Wrim. temperament. Sie Cha. Kann ich nicht herstellen. Schildmalt Vernitiert alle Diener bis auf einen Genie So dann machen wir mal den Kreia Deck bisschen anders Nein das kann ich gebrauchen Können wir gebrauchen Können wir nicht gebrauchen Können wir gut gebrauchen Nein nein Schildblock ok Das ist ok Kaiser Krupa ist immer ok Magma Brudel Ich bin nicht gerne so ein Ansturm Typen Warum habe ich denn das gar nicht drin Warte mal zurück So Innere Wut Hinten Richtung Ähm Hm Verleihd einen befreundet Ja wir haben kein Mesh Ja du ruf ich das noch raus Das kann ja auch nicht Zack Das ist eigentlich unsere mächtigste Karte hier Du rufst einen zufälligen legendären Diener herbei Wir haben nur Scheiße Gut Ich würde mal sagen das war Part Nummer 4 14 Oder 13 14 13 14 Ich weiß gar nicht Ich muss nochmal gucken Irgendwann Haftzone Staffel 2 Bis dann Danke Bis zum nächsten Mal.